Moin und Grüß Gott bei Le Gros Monde, das Genießermagazin aus dem Zimmer 504 des Mahaweli Reach Hotel in Kandy in Sri Lanka. Dieses traumhaft schöne, etwas barocke, aber wunderschöne Zimmer, ja, werde ich für diese Nacht haben. Allerdings auch nur sehr kurz, weil wir morgen früh wieder diesen Ort verlassen und heute Abend sofort zu einem buddhistischen Festival in Kandy gehen. Und deshalb möchte ich euch das Zimmer kurz zeigen. Wenn man hereinkommt, ist hier gleich ein kleiner Schreibtisch an der Wand, etwas karg anzuschauen. Ich weiß nicht, wer da sitzen möchte. Ich würde den Schreibtisch eher anders positionieren, aber das Zimmer ist ja riesig groß, genug Platz ist ja da. Das war das traumhaft schöne große Bett. Und hier ist die Fernbedienung für die Klimaanlage, für die Alarmglock, den Wecker, also für die Lichtanlage, die ganz große Fernbedienung sozusagen. Da ist die Fernbedienung für den Fernseher und das Telefon. Da ist ein schönes VIP-Tragment. Herzlichen Dank dafür. Dort ist der Flatkin Fernseher. Wir haben hier Tee und Wasser, selbstverständlich kostenlos. Und hier eine Minibar mit den Preisen dort oben drauf. Und in der Minibar finden wir diverse Getränke. Ja, was man überall so findet. Reichweilig ausgestattet. Da hinten sieht man noch einen schönen silbernen Eisrufelkühler. Und dann möchte ich euch unbedingt nach einem schönen Rundblick in das Zimmer. Ach ja, dann zeige ich euch nochmal das Badezimmer. Das hier ist auch sehr schön. Waschbecken. Dort sind die üblichen Kleinigkeiten für Hotels dieser Klasse. Ach, die Toilette. Die Badewanne mit Dusche. Schön großzügig. Duschkopf schön hoch aufgehängt. Badehandtücher. Hier haben wir Föhn und Kosmetik. Rasierspiegel. Ja, und im Schrank gegenüber ist gleich der Bademäntel. Bügeleisen. Bügelbrett. Schlappen. Und Schuhspanner. Und hier haben wir noch den Safe zum Selbstprogrammieren. Aber ohne Steckdose. Sehr schön. Und übrigens auch ein Blick wert sind hier in der Schublade die Taschen für den Wäsche-Service des Hotels. Sehr schön gemacht. Gefällt mir gut. Und dann nochmal der Blick durchs Zimmer. Dann gehen wir mal auf den Balkon rauf. Und der Blick lohnt sich. Gehen wir mal hier raus. Und hier, das ist das Mahaweli Reach Hotel in Kandy. Da hinten ist der Pool. Wunderschöne große Pool- und Spa-Anlage. Und hier ist das Hotel in einer Art, ja, relativ geschlossener U-Form, würde ich fast sagen. Sehr, sehr schön. Wir sind eben mit einem Glas Maracuja-Saft empfangen worden. Und da ist der schöne große Garten hier drin. Gefällt mir sehr schön. Ja, und für mich heißt es jetzt umziehen, kurz frisch machen und dann zum buddhistischen Festival, das einmal im Jahr stattfindet, zu Ehren der Zahnreliquie von Buddha. Die einzige, die weltweit existiert. Schauen wir uns doch mal an, wie schön die Buddhisten feiern können und wie farbenprächtig das wird. Ciao, Servus, und auf bald. Der Rest steht auf www.lirgoumont.de